so hallo herzlich willkommen zurück zu der play final fantasy 3 wir sind hier gerade an einem ort nicht ab und die fasse der kristallturm und ich habe mich jetzt offen dazu entschieden ich werde vor kumpel sind komischen geistern die zaubern können weglaufen den rest bekämpfe ich allerdings komplett normal wie kann man weglaufen mit teleport und jetzt werden wir die einfach gar nicht mehr angegriffen ideal ist eine soll aber kann man daran vorbei ist das ist ein phoenix weder ist geil scheint weiter zu geben hier geht es nicht weiter ach das ist sowas wie der wächter von eben auch der reflekt kann ich hoffe man nicht nutze ich erst mal was schwächeres glasila labolas erstmal zur sicherheit im protest weizen klappt natürlich nicht aber ein schatten flair das ist geil aua dass er zweimal zu hauen da wird der hat konfus da drauf das mal echt nicht fair okay folger magie wobei lieber durch heilen weil der greift ja auch zweimal an momentchen mein stuhl ist wieder ein bisschen na gut dafür ja gut wenn wir den schatten flair reinhauen ist verständlich dass er danach direkt tot ist also dann auch nie oder verdammt wo geht es denn mit lang ja klar die schon wieder einfach drauf und du heißt einfach komplett durch ich würde sagen gewahrt sich seine stärksten zauber wirklich für den erzengel auf weil der rest ist jetzt wirklich nicht so toll finde ich wie viel macht der schnee stunden bei den 4000 pro ideal na gut berufsstufe 99 das spricht natürlich auch schon so für sich so ein bisschen okay kommen was hast du denn sonst noch heftig das ist die gegner mal gesund an ja die lüge bio ich fand es sehr lustig dass bio nur heißt der bauer selber darf nichts derartiges auf feld aufbringen das heißt wenn da zufällig das von außen eingetragen wird zum beispiel durch einen licht bio bauern der ein feld am berg gegen was höher hat das ist dann immer noch bio die die richtung sind einfach zum teil so bescheuert nicht dass ich was gegen irgendwie sowas gegen leute habe die das kaufen aber es ist einfach extrem lückenhaft muss man ehrlich gestehen ich persönlich bin auch jemand der darauf achtet wo essen her kommt aber auf bio achte ich zum beispiel nicht ich achte bei fleisch zum beispiel darauf dass das jetzt nicht unbedingt eine massentierhaltung war das sei es ergeblich dann auch ein bisschen mehr für aus aber es ist halt dafür auch besser das merkt man wirklich und es ist halt man sollte auch einfach mehr weniger das ist noch ich denke jeder von euch hat das auch schon tausend mal gehört hier gibt es wunderbar ein hinterhalt ist ja klar genau okay ihr macht mir entschieden zu viel schaden einer frisst meine letzte flair und ich hoffe dass du früh genug dran bist so flair okay da würde ich sagen bisher gar nicht so schlägt gut dann kommt jetzt einfach mal ein beben ja wobei die werden wahrscheinlich auch wieder ordentlich was machen hast du mal wieder gar verreckt doch einfach bitte wieso halten die so viel aus das sind die jahres das sind antäter ich meine schidobie ist ja kein anderes ist ja nur ein anderes wort für sowas aber der lebt immer noch alter finne ja komm dann reicht aber auch jetzt sowas jetzt ist aber hin hochsucht von refi wie kann die denn noch höher statt ich glaube das ist ja stimmt wir sind ja gestorben ist jetzt zufällig wieder 99 und es blind und vergiftet jetzt hier lang wieder nirgendwohin wie weit muss man in die zone eigentlich lauf warte ist dann ah wunderbar wir können doch noch holz ohne kompletter hat er sich verdient wir sind die okay es geht weiter wo wir überall durchlaufen müssen hier den architekten würde ich umbringen wenn ich in diesem turm leben würde fönix fehler ideal elixir noch idealer ist hier oben wieder eine kiste noch mal zwei von denen leute langsam geht ihr mir so ein bisschen auf den geist ich könnte natürlich auch mal versuchen einen zu versteinern vielleicht klappt es ja man kann es ja nie wissen ne klappt natürlich nicht aber ist auch glaube ich etwas unwahrscheinlicher komm hau nur wieder so raus was wir haben blitz gar 13 so er reizt diesmal einfach zur sicherheit und du machst die roger roger das ist sowas ähnliches wie euro warum bin ich jetzt auf so ein bescheuertes vorspielen kommen ich sollte mir sowas nicht aufhören so ich frage mich ja wo er in diesem turm eigentlich den blitz vom himmel herkommen lässt ja gut es ist magie magie muss nicht logisch sein zumindest nicht im spielen ja gut magie kommt auch sonst eher selten vor so hier werden wir aber echt inflationär mit diesen shinobis zugeschissen und warum sind die überhaupt hier was machen wir hier das ist das blind aufheben. Gebt blind auf, Tatsache. Haugentropfen. Ah, genau. Ingus kann sich ja selbst noch ein bisschen heilen. Komm, bisschen Gita da war man. Das reicht. So. Giste, Giste, Giste. Nein, ein Weg weiter. Dann weiter umschauen. Verdammt. Kiste. Elixier. Ich bin irgendwie versucht, das gleich auch mal einzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Speziell, Runeth hat ja eigentlich schon ziemlich viel Pulver verschossen. Okay. Wir kennen das Ganze. The same procedure is last year. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch einiges vor uns gibt, wenn wir die ganze Zeit mit diesen Elixieren so zugeschissen werden. So, ein Protest. Der hätte wohl hier das früher kommen können, aber egal. Und jetzt wird angezündet. Ingus müsste ja eigentlich auch einen Stufenaufstieg gehabt haben, nicht Ingus im Grünert. Das heißt, streng genommen müsste der doch eigentlich dann auch noch mehr Punkte im Letzten haben, wenn er das Elixier nimmt. Also, komm, ich glaube, nach dem Kampf schmeiße ich wirklich das Elixier ein. Ingus braucht das jetzt noch nicht so dringend, aber für die anderen ist das doch schon relativ. Wow, kritisch, null Schaden. So was hatten wir auch in Pen & Paper mal. Da würfelt jemand eine 20. Das ist in diesem System verdammt geil. Kritisch. Würfelt, glaube ich, auch kritischer Treffer am linken Bein oder so was. Ich weiß nicht ganz genau. Gegner hat einen Rüstungsschutz von 5. Der Kern macht mit seinem Durch 4 Schaden. Alles abgefangen. Der war etwas deprimiert. Ja gut, hätte er ein Schwert gehabt, also bei sonst irgendwas in der Klinge, was größer ist und hätte genug Schaden gemacht, hätte ihn vielleicht das Bein getrennt. Das wäre schon so ein bisschen schnieke gewesen, aber nein. Manchmal hat man einfach kein Glück. So. Berufsstufe gestiegen. Yay. Dann schmeißt ich jetzt erst recht das Elixier ein. Dann elf davon, bitte. Komm, ihn muss er auch zahlen. Ne, vier im Letzten immer noch. Aber ansonsten, ja, man kann echt nicht meckern über die Menge an Zaubern, die der hat. Was ist das hier jetzt schon? Weiter umgucken, weiter umgucken. Hier geht's nicht lang? Okay. Ist auf der anderen Seite vielleicht eine Kiste? Teleport. Sofort. Äh, der Rest. Macht sonst was. Teleport. Wie viel Schaden wird sie in der ersten Reihe machen? 7000 gegen die Viecher, einfach mit dem Angriff. Aber wir entkommen ihn. Das ist schon mal gut. Keine Kiste. Nochmal. Wohl verteidigen, warum nicht? Verteidigen ist besser. Nehmen wir weniger Schaden, sollte es zu irgendwas kommen. Ähm. Ach, hier ist Teleport. Aus manchen Kämpfen möchte ich einfach flüchten. Und ich würde sagen, und davor würde ich diese Tür gehen, kriegt Ark noch ein Bieter, um wieder ganz voll zu sein. Und wir gehen mal durch. So langsam. Wir sind immer noch nicht da. Hier geht's durch? Okay. Komm, gehen wir mal durch. Nochmal. Verteidigen. 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 Teleportieren. Dass wir so schnell drankommen, ist echt praktisch. Sieht so aus, als ging es hier weiter. Möchte ich mich nicht drüber beschweren. Ein Hinterhalt ist ja klar. Genau, genau, genau. Gut. Dann kriegt der Arsch ein Flair. Du reizt, du machst Terrain. Und du heilst einmal so kräftig durch, wie du nur kannst. Klar, das reizen klappt nicht. Aua. Natürlich, natürlich. Ja gut, wozu habe ich Erzengel. Hoffen wir, dass das reizen am nächsten Mal klappt. Komm, du benutzt noch ein Flair. Das ist bei diesem Gegner explizit erlaubt. Erzengel. Wie das wohl aussieht. Haben wir auch noch nicht gesehen. Also. So. Friss ein Flair. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja gut, jetzt wird Flair hoffentlich nicht mehr nötig sein. Du machst mal saugen, würde ich sagen. Du reizt wieder. Du machst Terrain. Und du heilst mal mit einem Vitrain. Hoffen wir, dass es dieses Mal klappt. Ja, es klappt. Wunderbar. Das heißt, dieses Mal hat ja auch letztes Mal geklappt. So. Gleich dürfte der Kerl hin sein. Gut saugen ist eigentlich nicht nötig, weil er kein, äh, hat ja gar keinen Schaden. Egal, macht deutlich mehr Schaden. So. Und wenn ich hier gerade auf der Uhr sehe, werde ich dann wohl doch lieber mal einen Schnitt machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Let's Play. Lasst konstruktive Kritik vielleicht ein Däumchen, da wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Cheerio.